Rainer Lok präsentiert Am 16. Juni wollte ein Kumpel von mir mit einem Kameraden zu einem bekannten Schwimmbad fahren. Punkt. Dabei haben sie ihre eigentlich geplante Haltestelle Holsteintherme verpasst und sind mit der R1 an Nützen gelandet. Nützen ist ein Dorf in Schleswig-Holstein, das aus ein paar Häusern, einen Bahnhof. Und einem sehr sehr großen Recyclinghof besteht. Dass dieses Dorf ein Abgelegenes ist, erkennt man auch daran, dass alle 40 Minuten ein Zug verkehrt. Jedenfalls haben beide sich die Mühe gegeben, Teile des Ausflugs aufzunehmen und hier haben wir das Ergebnis. Nun werde ich erstmal nichts sagen, damit ihr euch zurücklehnen könnt und dieses wilde Abenteuer genießen könnt. Abenteuer. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020